Unsere Forschung wird die Bildgebung in der Chirurgie revolutionieren. Wir wollen Chirurgen ermöglichen, auch kleinste Tumorreste tief im Gewebe zu sehen. Unsere Mission am NCT ist es, mit neuesten Technologien die Krebstherapie für die Patienten zu verbessern. Vor 13 Jahren habe ich zum ersten Mal das Potenzial dieser Technologie gesehen. Seitdem baue ich eine größer und größer werdende Kooperation auf, um diese Technologie in die Realität zu bringen. Zu Anfang am MIT, seit 2018 an Helmholtz-Würnick. Seit 2022 bin ich jetzt neu berufen in Dresden. Ich habe 10 Jahre früher Oliver kennengelernt, und wir hatten mutuelle Interesse in Imaging in der Chirurgie-Infrarede. Aber wirklich komplementarische Expertise. Die größte Herausforderung in optische Imaging in Menschen ist, die durch Tissue penetrieren. Und wir können das übernehmen, indem wir zu langen Wagenhälen der Lichter. Das Besondere an unserer Forschung ist, dass wir Bildgebung im Infraroten machen. Genauer gesagt im Kurzwellig-Infraroten. Hier erscheinen alltägliche Dinge, wie normales Wasser, schwarz. Wenn wir in der Shortwave-Infrared-Region gehen, werden wir größere Sensitivität haben, in den Tumoren zu erzeugen. Wir können jetzt Bilder machen, wo wir anhand des Wassergehaltes die verschiedenen Gewebe unterscheiden. Zum Beispiel hat ein Nerv einen höheren Wassergehalt als Fettgewebe und erscheint damit schwarz. Nachdem der Chirurg den Haupttumor entfernt hat, muss er in dem Bett gucken, ob es noch einzelne Zellen gibt oder kleine Tumorreste, die er auch noch entfernen muss. Das menschliche Auge ermöglicht ihm das nicht. Unsere Fluorophores will illuminate the edge of the tumor and facilitate the resection of only cancerous tissue and leave as much healthy tissue as possible. Unser Ziel ist es natürlich, die Technologie so schnell wie möglich zum Patienten zu bringen. Für die Bildgebungssysteme sind wir aktuell schon dabei, in Dresden und in Kooperation mit Stanford klinische Studien durchzuführen, um den Nutzen am Patienten zu zeigen. So we're really excited about translating towards humans. The shortwave infrared region has gained a lot of interest for clinical use and there are numerous clinical trials. So we're really excited to bring our dyes into the clinic, which should enhance all of those applications. Dieses Jahr den High Impact Award zusammen zu erhalten, ist fantastisch für uns. Es war ein Montagmorgen, ich kam aus einem Meeting und habe die positive Nachricht erhalten. So I was really excited to receive this High Impact Award with Oliver. We have been collaborating together for a decade and have really pushed forward the ability to image in the shortwave infrared region. And it is great to see the impact that that has had and get recognition. This is a highly interdisciplinary project. It brings together expertise from chemistry, biology, physics, engineering, informatics to ultimately make an impact in medicine. Ich liebe meine Arbeit, weil ich mit einem großen interdisziplinären Team an einer Technologie arbeiten kann, von der ich wirklich überzeugt bin. Dass sie einen großen Benefit in der Forschung und in der Klinik bringen wird. Das ist eine große Aufgabe, eine große Herausforderung. Und diese gehen wir an Helmholtz Zentrum an. Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020